Sie war eine nette Dame. Jeder, der meine Mutter kannte, hat sie geliebt. Und doch wurde sie ermordet. Mein Gott, ist das alles furchtbar. Vielleicht ja von ihm. Äh, ihr. Das ist eine Kuckulose, Herr Schenk. Einen Grund hätte er gehabt. Äh, sie gehabt. Erika war eine Vermieterin ohne Vorurteile. Ach, wirklich? Geh, die fällst aus dem Männerklo. Wo du hingehörst? Was ist denn, wenn die tote Frau Röder alles andere als eine liebenswerte alte Dame gewesen ist? Das wäre ein Motiv am Sonntagabend im Tatort.